Hallo, hier ist der Dirk und ich wünsche natürlich Nowitzki 2.0, den ganzen Jungs alles Gute beim Alberschweizer Turnier. Ich war damals selber dabei, ich glaube es war 1996 in Mannheim, es ist eine Riesensache, das war mein erstes großes Turnier. Die Stimmung ist da super, also Jungs viel, viel Glück, haut rein und repräsentiert Deutschland gut.